You never see the sun Where are the lost of the heroes And the face of the... Engage! Guck mal, da werden viele in die Militäry-Base gehen, aber neben uns ist zum Beispiel schon mal ein Squad. Die gleiche Idee. Ne, mir sind genau zwei. Ich seh die nicht. Und ich bin über dir. Einen seh ich, ja? Ja doch, 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 einen seh ich auch. Oh, das wird ne schnelle Runde. Mike? Ja, microphone. Your voice is a little bit... Like this. Vier, äh, ein Squad ist unter uns. Dann mal, wir landen alle hier einfach mal, hier mit Fabian und so. Ist auch bei uns? Wir sind alle zu dritt auf dem Haufen. Ja. Ja, ich bin ein paar Häuser weiter. Du nicht. Du nicht. Aber die sind oben bei diesen Antennen da gelandet. Oh, ne, ne, mir läuft eine. Antenne? Ich hab ne Puppe aufgesammelt. Oh, ist ein Ska. Das ist quite nice. Äh, Ska, erstmal nicht. Da schießt schon einer. Ja, ich. Ich hab eine ausgenockt. Sehr schön. Mach ihn gleich tot. Ja, ist, ist tot. Ist tot. Ja, aber... So, ich komm. Ich, warte, ich komm gleich in deine Richtung. Ähm, ich frage, geh mir da jetzt weiter. Ja, ne? Ja. Da, ich seh noch einen. Ja, toll. Noch einen ausgenockt? Hehe, ja, können die alle weg, Junge. Was schießt du überhaupt? In der Pumpe. So. Ich seh noch zwei. Die haben überhaupt keine Muni. Die laufen alle vor mir her. Ja, dann machst du alle nach und nach weg. Und dann... Ich würd mal sagen, es klingt auch so hell. Ah, jetzt looten sie aber gerade. Der eine legt gerade auch was nach. Komm zu dir. Ich komm auch zu dir. Ich hab ne Handfeuerwaffe. Kommt ein Helm. Ich seh die aber gar nicht. Ja, die sind... Einer ist in der Maus mit der Satellitische. Kommt jetzt raus. Du hast ihn erwischt. Du hast ihn erwischt. Du hast ihn erwischt. Ich hab ihn. Wird aber beschossen gerade. Einer ist in das Haus mit dem roten Dach gelaufen. Das Haus mit dem roten Dach? Ich seh noch. Jo, hab ihn. Ich hab gerade das kratze Team ausgerottet. Oh nein. Ich hab schon... ...und so ein Rucksack gehabt. Das ist ja nett. Ich durfte ihn erwischt. Das ist noch ein Rucksack. Wenn ein Rucksack braucht, der dich da auf der Straße ist. Nein, kann verabreden. Das war eben schon an der Weggepumpt. Puff, 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 tot, tot. Bis vor euch machen. Ja, wir gehen hier mal weiter da hinten hin. Dann müssen wir in der Garage hoffentlich gleich wieder ein Auto stehen. Wir brauchen ein Fahrzeug für fünf Menschen. ...Four. ...Four. ...Five people, mein Freund. ...Zimi... ...Zibi... ...Zbimi. ...Äh... jetzt habe ich auch mal einen Rucksack. Ich habe keine Pfeil. Der Hund ist scheiße. Oh, der hat begonnen. Wir müssen weg, eigentlich. Wir müssen weg. Ich brauche ein Auto. Scheiße. Ja, wir haben noch drei Minuten Zeit. Ich guck mal, ob hier ein Auto in der Garage... Ja, es steht ein Auto in der Garage. Ich brauche eine Waffe. Lass uns mal kurz hier gucken. Ja, wir haben noch drei Minuten Zeit. Hier ist ein Auto. Wo? Ja, man stand hier gerade mit... Achso. Ah, okay. Ja, ja. Wie soll er das falsche Händen angezogen? Ich hole das schon mal. Fahr schon mal weg. Oh, na klar. Was nehme ich denn jetzt? Oh, dann wird's. Ich brauche eine. Äh. Okay. Ne, nicht nachladen. Nicht nachladen die AK. Ne, ne, ne. Ich kann auch nie mehr. Ja, wer noch was findet, hat man halt Bescheid sagen. Ja, das ist ja gar nicht lang, ne. Hm. Huuu. Boom, boom, boom. Das ist doch geil, dass die alle rumgekrebst sind und sie irgendwie mal was in Hand hatten, da, ne. Bisschen blöd, die Leute. War ein kleiner Glücksgriff, dass David sofort hat die Verfahrt, ne. oder war man hier liegen nur handfeuer warum es kann doch nicht angehen ich habe einmal 56 genommen die wurde ich nicht ist ein helm ich habe nichts ich habe nur eine handfeuerwaffe fabian hier bei mir nicht mehr im 16 die ganze nun bald ich die akkabung und mehr zweifach scope das nämlich nur aber aber ich denke in 6 2 ja ruhig ich bin aber nicht ich bin da nicht auch ein holo lichter auch wir waren hier schon drin verdammt der geist als blut ist ja was nie los was meine ich brauche 5,56 wo ist das auto jetzt hingepackt das steht da an der seite von dem zwei ständigen haus hat er gehen lassen sich mal stehen wo ich fahrs mal mit hin ich brauche noch jemand hat nicht jemand eine mp oder sowas weil wenn ich dann schon bald ich bin schon was weg ne habe ich nicht ich brauche mal langsam so ein bisschen Holz aber wir müssen das ist der gleiche kreis wie eben wir müssen denn auch rechtzeitig losfahren red bull eine zeit haben wir noch hey keine mehr oder achte mal weil der kreis braucht ein bisschen aber trotzdem ihr habt noch zu wenig loot und ich habe noch einen rotpunkt mit vielleicht noch so ein großes auto ist da noch der luk gefällt mir noch nicht zweifach suche habe ich jetzt noch mitgenommen nein ich habe auch noch ein zweifach suche um buri wenn du den haben willst ja fabian hol den mal den grünen dann ja 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 buri ich kann dir einen zweifach suche geben noch ne ok ok ja wir müssen langsam der kreis kommt ja noch ist ja hier unsere weglauf meinigen geht es ja noch politik ist gar rum deutlich also auf es ist aber auch 5 5 6 da kannst du auf jeden fall mitnehmen die da rummüht richtig ja ich steig schon mal ein ich glaub guck mal hier geht niemand hin weil das so weit weg ist das war jetzt nicht so schau wir können ja auch ganz relativ gut ja gut wir haben uns einen team mehr weggeschossen und hergekommen ist ne aber ich glaube hier ist dann auch guck mal wie viele ist die viele häuser hier kann man gleich auch relativ schnell einen guten loot finden ja hier stehen vor allem immer viele autos ne also wenn du raus also weit rausfliegst denn mit dem auto hier her fährst alles lootest und ins rück fährst gute karten nicht doch ein holo falls jemand brauche und weil es eine ballistische maske ja die nehme ich wohl so wir sollten jetzt aber langsam mal los ne ja ich habe so gut wie nix gelootet ey also nur scheiße eigentlich mal hier zu sein jetzt komm aufgehäher ja wabw get to the car, we'll take it off ja ich bin ja ich bin ja ich bin ja ich bin der scop hier noch hin bogen zweifach scop dicht auf dem boden kann man schon mal ein bisschen aussortieren hier ja ich hab gar nicht mal so viel ich auch nicht na ja okay das massacre von ihm arzaka nehmen wir eure markierung weg da die rote punkte aus meiner markierung ist es also sieben sechs feier Ich brauche die 7.62 Ammonition. Hallo, Hamster. 5.56 Rounds. Das sind die Ammonition. Das ist richtig, ne? Was denn? Nein, die Rounds. Kugeln sind Rounds. Ach so. Ammonition ist Munition. Ja. Oh, da kommt, da kommt, da kommt. Ja, das ist genau wie vorhin, ey. Das ist genau das gleiche. Das steht drüber, wenn man in dem Auto sitzt, ja. Oh, oh. Wenn man in dem Auto sitzt, dann spawnen überall an der Straße andere Autos. Motorrad. Ich hab das vorhin in Hand gehabt, wir hätten eigentlich mal schon das Auto wechseln sollen. Da ist noch ein Auto. Kann man das nehmen? Nee. Der ist kaputt. So, jetzt die Frage, warum wollen wir das direkt schon weiter anfangen? Dann laufen wir den Kack da mal weg. Richtung blauer, ja. Und den Mark angesetzt hab. Ich hab noch keine einzigen Booster. Ich hab nur Wundverbesserungseinheiten für meinen Körper. Für meinen Körper? Und dann hab ich noch, äh... Ein Health Pack. Ja, wenn ich. Das ist auch nicht gerade gut. Oh, mach vorsichtig hier drinnen. Wenn wir jetzt Unfall bauen, dann lieben wir alle HP. Ich bin der beste Autofahrer der Welt. Wir bauen keine Unfall. Okay, äh... Wir loot... ...the building. Ah, nee, no, 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 no. Es ist öffnet und alles. Äh, weg, weg, weg. Weg, weg. Öffnet. Ah, sie ist noch schon hier. Under fire. Boah, da schießen wir uns viele. Hört auf uns so schön sein! Ihr Arschlöcher! Ja. Warte, ich setze einen neuen Marker, warte. Everyone okay? Ja, nur Booy hatte ich da was abgekriegt. Jetzt die Frage, wohin, ey? Booy liegt auf dem Weg und dann kann ich erstmal unten in die Farmhäuser rein. Bei Blau, oder was? Ja. Dann büge ich hier mal ab. Oh Scheiße, kriege ich immer alles ab, ey. Dann fangen wir wieder im Auto sitzen. Das sieht total behindert aus. Da fallen die, ihr beiden mit den Masken vorne, ey. The Heist. Ja, warte, ich guck mal hier vorsichtig bei den Häusern. Tür ist offen? Ja. Ja, aber... Das ist trotzdem... Ja, wir sind aus. Sind alle auf hier. Ja, Scheiße. Da wollen wir nicht anhalten. Ja, aber die Dörfer auf den fucking. Fuck, fuck, fuck. Guck. Ja, ich... Ja, wohin, ey? Wohin? Wohin? Ja. Kreuz und quer brauchst du nicht fahren, weil dann haben wir gleich keinen Benzin mehr. Lass uns mal irgendwo lang fahren, vielleicht fehlt mir noch ein Auto. Wird auch schon geschossen. Wohin? 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 Ja, hier so. Die Tür und zu noch? Ja. Nee, hier ist die Tür schon auf hinten. Ach, die sind noch schon wieder hier gewesen. Ach, stimmt. Auch nicht alle. Was wollen die alle von uns, Mann? Hört doch auf! Ich fahre hier über den Hügel rüber und dann steigen wir da einfach mal aus. Ist natürlich wieder ein bisschen Venedig in der Nähe, ne? Ja, nicht dahin. Ich habe wieder einen Marker gesetzt. Ja, ich muss mal eben hier kurz rum. Ihr seid doch hier. Ihr habt auch schon wieder die Tür noch, oder? Ich glaube, oder? Nee, noch nicht. Nee. Ja, ich fack das Auto da unten. Ich fack das Auto da unten. Puh, nix. Nix, ich hier, nix. Nix. Ah, 7, 6, 2, Bro, E. Soll es zu kriegen. Wenn hier aber was rumliegen würde. Hier nicht, so wirklich nix wieder. Scheiße. Menno. Ja, da liegt echt nix. Aber ich kann nachfangen gleich. Wie geht das überhaupt? Gut, wenn die gemacht. Ich auch nicht. Ich glaube, auswählen und dann... Rechte Maustaste, linke Maustaste. Weiß es nicht. Ich bin betrunken, wo ist die Karre? Die steht hier rechts neben dem Haus. Ach da, warte mal. Wie geht das denn hier jetzt? Du musst einsteigen dafür. Ja, geht. Schüsse auf West. So, hab wieder ein bisschen getankt. Wie wir da fahren. Werden wir beschossen von West? Ne, aber da waren Schüsse. Waren Schüsse? Waren Schüsse. Ach so. Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo denn der Endkreis sein wird. Aber es wird irgendwo sich hier so abspielen, ne? Müssen wir erstmal hier noch ein bisschen gucken. Also ich würde ja... Wollen wir unseren Teamkameraden killen? Der hat bestimmt geile Sachen dabei. Ne, ne, kriegst du einen Bann. Echt jetzt? Ja, der, äh, kann dich ja reporten. Und die guckten das dann nach und dann wirst du gebannt. Hä, aber das ist doch ein Rollenspiel. Ich kann ja wohl meine Teamkollegen erschießen, wenn mir danach ist. Aber hier ist auch gar nichts schlecht, so oben auf dem Dach hier und so. Ja, muss man auf Sniper aufpassen, aber... Äh, we stay here for a little bit. Just a little bit, honey. Dann muss man erstmal heilen, hier. Ich kann hier auf jeden Fall alles abgucken. Hat jemand Booster übrig? Ich hab nur ein Energy Drinks, zwei Energy Drinks. Ja, dann gibt's doch mal eine. Ja, aber verbraucht er nicht sofort, den brauche ich nachher noch fürs Finale. Ja. Äh... Ja, aber ich kann nicht eins drücken. Hier kann ich nicht schreiben. Da ist die Schrute drin. Ach so, weil Tapflät an ist. Jetzt geht's. So, blick. Nein, nicht nach Land. Hab's da hingelegt, ne? Ja. Da muss man die Umgebung im Blick behaupten. Der Kreis schließt sich. Das heißt, hier kommen ja irgendwelche Barbaren. Also, ich guck mal Richtung Nord, Nordwest. Oder über den Berg. Also, ich denke, viele werden aus Porrique kommen. Und aus, äh, Watschok. Wir sind noch drin. Ja, wir sind noch drin. Aber wir müssen... Oh, wir sind genau richtig, Marla. 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 Wollen wir mit dem Auto noch ein bisschen mehr Richtung Mitte fahren, bis wir da schon mal sind? Hier so hin? Ja. Das Problem ist, Little Venedi ist direkt vor unserer Fresse. Das heißt, es wird mir richtig übel. Ja, wir können fahren. Aber so spät im Spiel noch zu fahren, ist natürlich riskant. Ja, Little Venedig ist direkt vor unserer Nase. Und das wird sich ungefähr da abspielen. Ja, aber es ist doch gut, wenn wir jetzt schon mal rumfahren. Also, wenn wir jetzt auf die Insel atschen und Little Venedig umlaufen. Ja. Oder wir fahren an wenig Venedig eben schnell noch vorbei. Ja. Wo ist denn das Auto? Das steht ja neben. Neben dem Haus. Lass mal fahren. Ich glaube, fahren ist eine clevere Sache. Ja. Fahr mal um die Brücke. Fahr mal um die Insel. Und dann schwimmen wir rüber. Äh, wir sind doch schon auf der richtigen Seite. Ich brauche nicht über... Nee, auf die Insel und dann rüber. Das ist ein blauer Punkt da, oder nicht? Auf die andere Seite und dann rüber schwimmen. Ja. Weil Little Venedig ist so scheiße, ey. We're not getting the box. Oh, du hast die scheiß Kirche. Ja, wir können hier rüber schwimmen vielleicht. Nee, doch, nee. Vorne in der Ecke am besten. Warte, ich fahre mit dem Auto erst ins Wasser und dann steigen wir aus. Ja. Was ne geile Stand-Aktion. Ja, musst nur aufpassen wegen deinem Atem. Auf zum Atem. Wieso stehst du auf David? Ja, was soll das, ey, Uri? Du gleitest hier durchs Wasser. Ich höre ein Auto, oder ist das immer nur unseres? Ja, ist unseres. Oh, da hinten ist der Drop. Oh, ja. Oh, da schwimmt einer hin. Da schwimmt einer hin. Äh, 15. 15. Da ist er. Da läuft er. Da läuft er. Ich hab ihn einmal getroffen. Wir werden beschossen. Weg da. Ich weiß es nicht, du hast ihn aber getroffen, du hast ihn ausgenockt. Ja. Wir wurden beschossen von, äh, Süden. Also hinter den Steinen hier. Die gucken da jetzt alle hin. Okay, wir bleiben hier und sehen die Bereich. Da kriegst du ja noch rum, da hinten. Äh, da kriegst du ja noch. Vielleicht kriegst du ja noch. Ja. Ein Kill. Kann ich noch 7, 7, 6, 6er irgendwas? Ein bisschen noch. Guck mal, wie schnell. Ich hab den Kill gekriegt, Puri. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. 5, 5, 6. Nee, mir ist schon auch ein Kill. Ja, cool. Ich hab noch, äh, nee, ich hab, kann, kann auch noch was abgeben. 5, 5, 6er auch nicht? Nee, die hab ich nicht. Hab ich noch 5, 5, 6er? Nee. Ich hab noch 5, 9mm hab ich noch. Krieg mal hier den, äh, Bergner Buch. Na, von Flecken. Ja, und du kriegst hinter mir her. Ja, das ist wirklich nicht so gut getarnt. Schön, wie ihr da alle in einer Reihe euch getarnt habt. Und das ist vor allem alles im Blickbach rauchen, ne? Noch können sie von überall angelatscht kommen, vor allem weil der Drop da noch rumeiert. Na, ich glaub da oben kämpfen welche, äh, bei der Kirche oder bei der Ruine, meine ich. Aber hier haben wir auf jeden Fall eine gute Position, weil wir hier genug Steine haben, also Schäde. Ja. Ja, wie soll ich sagen? Vor allem können die uns eigentlich auch, ähm, von hinten nicht erschießen. Außer mit dem Sniper. Nö, ich guck ja auch noch hinten, also von daher. Alles gut. Also bei den Ruinen sind sicherlich auch irgendwelche Kämpfe unterwegs. Vielleicht bei Fabian da, bei den Häusern, da. Ah, es sind doch noch relativ viele. Oh, wir sind genau drin. Wir sind in der richtigen Bereich. Ich versuche zu checken, ob dein Haus ist hier. Genau. Stay cool, play passive. Ja, wobei ich würde schon mal kurz noch gerne in die Häuser reingucken. Ja, dann mach das doch. Ich hoffe, du bist auch nicht. Lass dich nur nicht töten. Ich hätte dich in vierfach dabei. Hier ist eine Strootflinte drin, aber die Tür war doch schon wieder offen hier, ne? Also wenn du in 762 erfindest, kannst du ja ruhig rein rein. Ja, ja, genau. Woher hast du in vierfach dabei? Äh, auf der Brücke fährt ein Auto, aber nicht schießen. A car at the bridge. Don't shoot. Erst wenn die aussteigen, ja, erst wenn die aussteigen und hier versuchen rüber zu schwimmen, dann erschießen wir sie im Wasser. Äh, was habe ich für einen Scope? Ob du einen Vierfach-Scope hast? Äh, ne, ich habe nur holographisches noch. Du hast mir das zweifach ja gegeben. Ja, oh. Und ich dachte, ob irgendeiner vielleicht einen Vierfach-Patt zum Snipern. Wenn er noch voll viele... Ich glaube nicht, nein. Der Kreis ist schon total klein. Es sind nur noch... Es sind immer noch 36 am Leben. Ja, zu richtig. Vierfach-Scope habe ich... Ich, äh, nicht. Habe ich? Ne, zweifach habe ich. So richtig... Bad motherfucking Massaker. Na, jetzt sterben sie auch alle, wenn die fliegen langsam. Kommt mit zu euch. Schüsse aus Little Venedig. Das Ding ist halt, ich habe auch echt nichts, wenn das so viel... Oh, ja, hier, Richtung, äh, 105. Sind welche unterwegs? Ja, ich gucke mal noch nach hinten, ne, was vorne. Ja, 105 ist einer im Wasser und einer am Strand. Die kämpfen da gegenseitig gegeneinander. Aber da schieße ich mit meinem zweifach nicht hin. Ah, Little Venedig. Dreckska... Dreckska... No, Little Venedig is action. Richtig. Aber ich finde die Positionen eigentlich ziemlich gut hier. Zwar camping-mäßig, aber schreiß auf. Cool. Ey, ich habe noch eine Pistole noch? Ne, ich habe nur meine Muni. Okay, da muss ich aufpassen, ey. Genau, da aus deiner Richtung Publikum auch Schüsse, ne? Ich gucke, ganz heute. Ja, ich habe es noch gehört, Richtung East. Oh, das war aber... Das war nah. Ja, aber... Ja, aber da kommen jetzt alle, guck mal. Ja, die springen da ins Wasser, die rennen der Zone, vor der Zone weg. Aber ich glaube immer noch, dass oben auf der Klippe bei der Ruine einer mit einer Sniper sitzt. Wir stehen sehr gut eigentlich, direkt in der Ecke. Ja. Da oben bei der... Wir sind gar nicht drin im Kreis. Ne, aber wir haben nur ein ganz kleines Stück vor uns. Bei der Ruine oben ist einer mit einer Sniper, mit einer K. Jetzt am besten nur noch genau, kriechend. Und wenn wir nicht die vom Strand müssen in Empfang nehmen? Ne, die schießen da ja gegenseitig sich tot. Das bringt nichts, da mit einem Zweier hinzuschießen. Wir halten lieber die, äh... Also ich dachte, das ist ein Squad und die schwimmen rüber. Ja, aber wir sollten jetzt nichts mehr riskieren und jetzt erstmal nicht auf uns aufmerksam machen. Da kommt ein Squad aus, äh, 60, 75. Ja, ja. Lass die erst ins Wasser gehen, Buri. Erst wenn sie an Land gekommen sind, ne? Wo? Äh, Richtung, ähm, Südosten. Vor der Brücke. Oh, ich werde beschossen. Hinter uns, hinter uns. Von wo? Ich weiß jetzt nicht, wo das herkam. Es war nah. Ja, hier. Sag nicht hier, sag Zahl. Ich kann nicht, wenn ich schießen muss. Einer am Wasser. Einer ausgenockt, einer am Wasser. Äh, Osten, 25. Genau, das sind die, die jetzt rüberkommen. Ja, einer schwimmt da drüber. Oben in der Ruine sitzt ein Sniper, vorsichtig. East, 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 east. Swimming one. Na, du hast eingekillt. Ich weiß, also noch mehr. Hat jemand ein Healthpack für mich? Ja, kann man ein paar Wundscheißdinger hinlegen, ja, warte. Ne, Verbundscheiß hab ich selber. Ja, Koffer kann ich auch hinlegen, ich hab'n Koffer angelegt. Ich hab das Gefühl, dass hinter uns auch wie einer war. Ja, einer schwamm da noch rum. Fuck, der hat mir mal die Weste weggeschossen, sehr hohen Sonnen. Ja, wir müssen laufen auch, ne? Müssen wir jetzt laufen? Ja, wir wollen nicht. Aber auf jeden Fall war noch einer im Wasser. Ja, und versteckt euch. Schmeißt euch hin und kriecht. Jetzt müssen wir laufen. Komm, 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 komm. Oh, ich werd schon wieder beschossen. Scheiße, ey. Bei den... In die Häuser, in die Häuser. Oben an der Ruine sitzt einer, ist das Problem. Der muss sich jetzt ja auch wegbewegen, oder nicht? Ne, die ist noch drin, ne? Ich hab' keine Verbände mehr. Drei Stück mehr. Ich hab' mal welche. Ja, dann kommen wir zu mir. Fuck, wir müssen recht bekackt verschieben, ey. Geh' schon mal. Ja, wenn du dich nicht brauchst, kannst du direkt hinlegen. Ja. Ich geh' schon mal in die Zone. Ja. Bin ich drin? Ne. Passt auf die Ruine auf. Bin drin in der Zone. Hamster ist da noch. Ich komm' auch drauf. Oh, Hoffenberg! Äh, 240. Hab' ich was gesehen? Ne, doch nicht. Scheiße. War's noch ein Pixel? Ich war noch... Ich war noch... Ich war noch ein Pixel. Ja, in der Ruine weiß ich nicht, was ist. Ich schlieg' mir aber da langsam vor. Der hängt nach hinten rum. Hamster ist dann hinten noch. Kommt jetzt. 120 wird geschossen. 120 sind welche, ja. So, geht da in Deckung hinter den Bäumen. Die kommen gleich... Ja, hier sind die Bäume. Oh, ich werd' geschossen. Ich bin gleich weg. Ich weiß nicht, wo das herkam. Von dem Berg, von dem Berg und wo. Nee, es kam einfach von der Kirche. Äh, von der Ruine da. Aber ich bin weg. Ich, äh... Von oben kam das nicht. Das kam irgendwie... Ich hab' was oben am Berg gehört. Ja, vor allem, man bleibt da erst mal. Beweg dich nicht. Beim Berg ist das hier bei mir irgendwo. Hinter dir ist es vielleicht sogar? Wo schießt der, verdammt? Hey, das ist direkt bei mir vorne irgendwo. Ich seh' dich aber nicht. Fabian, du bist immer noch drin, wenn du dich da nicht wegbewegst. Ja, und sie... Ja. Ui, wo? Sag mir, zahl. Leg dich da in die Büsche, Fabian. Und bleib da. Aber ich bin gleich nicht mehr drin. Wo bist du denn? Achso, du bist ganz knapp drin. Ich bin gar nicht drin. Ich hab' nur ein Schwanz nach vorne. Ach nee, sorry. Sorry, ich hab' dich verwechselt mit dem anderen. Genau, Hamster ist unser Mann. Woher hat er denn ausgenommen? Sehr gut. Da ist er! Äh, da ist er! Fabian hat da gerade aus! Da! Ja, genau, da ist er gestorben. Richtung S. Äh, es sind noch drei am Leben. Ah, er ist von mir direkt irgendwo. Äh. Wo hängt der Wichser? Ich seh' keinen, leider. Es sind noch drei. Hamster ist auch gestorben. Also da muss auch einer hängen, noch irgendwo. Oh, fuck! Das... Sauer! Alter, Buri. Oben hängt noch einer, ne? Da ist noch einer, genau. Nein! Der falsche Feuerbruch ist so einiger Bastard. Die hängen alle bei mir, die hängen alle bei mir. Drei Leute hängen bei mir. Das sind alle drei Leute. Der eine höre ich denn gerade auf. Alter! Erwisch ich die nicht. Schießen! Schießen! Da sitzt sie. Nachwarten! Jetzt! Nochmal! Ja, ausgenaukt! Schießen! Einer ist noch oben auf mir. Da ist noch der andere. Dem musst du killen, Feuer. Äh, schießen! Schießen! Warum treffe ich die denn nicht? Ich weiß nicht, wo du zitterst. Ich zitter überhaupt nicht. Sein Arsch nicht! Da ist er! Wir wissen vorhin. Die wissen nicht, wo du bist. Geh in den 3er Burst. Das war's. Nein, das waren die letzten. Alter, aber wieso trifft mein Punkt? War mal genau auf den drauf. Auch als sie da standen und sich nicht bewegt haben, mich nicht irgendwo fervorziehen musste. Ja, ich hab's auch gesehen. Also im Spectator sah es auch so aus. Ähm. Ja, manchmal müssen wir ein bisschen vorhalten. Auf der Entfernung hättest du doch den Burst schon nehmen können, den letzten. Hättest du mit dem Burst kriegen können. Ja. Immerhin. 4 Leute habt ihr gekillt. Borei, wie viel hast du? 12. 12 mindestens. Platz 2. Das ist doch ein guter Abschluss. Ich hab keine Ahnung, wie gekillt hat. Die wird selbst zurückgehen. Liebe, 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 liebe. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. Even if it's...